Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 26. Juni 2023 und ein Freibier hat unseren DAX nicht motivieren wollen. Am Freitag probieren wir es mal mit einem leckeren Softice, vielleicht ist das eher sein Ding, denn wir haben einen zweiten Hammer bekommen. Ja, der Donnerstag war schon einer, jetzt am Freitag auch nochmal einer. Wichtig ist mir halt bloß, damit er aktiviert wird, dass er auch drüber geht. Ja, er muss das Kerzenhoch auch überwinden. In Lehrbüchern steht, dass man jetzt eine folgende grüne Kerze abwarten muss. Ich sehe das mal ein bisschen anders, ich handele das auch anders. Das ist auch bei uns Gegenstand im Seminar, wie man mit so einer Kerze umgeht. Also ich habe da relativ viele Sachen, wo ich sage, wenn man das so macht, wie es in den ganzen charttechnischen Lehrbüchern steht, da verdient es halt keine Kohle mit, natürlich kannst du dich dann freuen. Ja, das Umkehrsignal ist bestätigt, aber wenn du dann einsteigst, dann läuft ja erstmal alles wieder ins Minus. Das bringt halt nichts, deswegen da lieber gucken, wenn die Kerze jetzt überlaufen wird, hier 19, 19, 20, oberhalb, könnt ihr gute Drehungen machen. Der Bereich, wo das tief gesetzt wurde, dürft ihr euch bekannt vorkommen. Das ist unsere 7,35 gewesen, davon haben wir mal gesprochen. Der eine oder andere wird es wiedererkannt haben, als wir dann dort waren und auch schön nach umgezogen haben. Und damit hat unser DAX jetzt letztendlich das Potenzial erstmal ausgeschöpft. Das Potenzial ausgeschöpft, was wir letzte Woche, eingangs der Woche besprochen haben. Erinnert euch mal dran, wir hatten Anfang letzter Woche, also in der Analyse vom Sonntag, für den Montag gesagt, mit dem Zurückziehen vom Freitag kann es durchaus passieren, dass unser DAX einen Fehlausbruch macht und im Zweifel echt ein paar Meter zurücklaufen kann, bis gut und gerne 15,9, hier dieses Gap, 15,965 und sogar auch tiefer. Und das hat er getan, das hat er tatsächlich getan. Komplett ausgefahren, die ganze Woche komplett das Ding ausgefahren und fertiggebracht. In der neuen Woche, also ihr könnt euch vielleicht nochmal die Analyse von dem Sonntag anhören, von letzter Woche, weil interessant ist, was wir gesagt hatten zur Wochenfolge. Da hieß es nämlich, ich habe es jetzt nicht nochmal durchgehört, ich versuche es jetzt aus dem Gedächtnis rauszuholen, da haben wir etwa sowas gesagt wie, da macht er bestimmt eine komplett rote Kerze, verunsichert erstmal wieder alle und läuft danach oben raus und macht neue Hochs. Erinnert euch? So in der Art und Weise haben wir das besprochen, auf Wochenebene, dass er wirklich komplett zurückläuft und dann danach anschließend oben raussteigt. Und wenn wir das jetzt hier so sehen, wenn das wirklich jetzt eine ABC war, ABC ist ja ein Korrekturmuster, bei dem das die A war, das die B war und das die C war und die B plus einen kleinen Überschuss hat, dann ist dieses Seitwärtsmuster ein Unterbrechungsmuster des vorher führenden, gibt es das Wort, Aufwärtstrend. Ja, also es kam ein Aufwärtstrend hier nach oben, dann kam das Seitwärtsmuster, das ist jetzt fertig, das ist abgeschlossen und jetzt können wir quasi die Trendfortführung anstarten. Das heißt, ich würde in der kommenden Woche echt mir einen kleinen Zettel an den Bildschirm kleben, oberhalb von 29 Long suchen. Ganz wichtig, das gilt dann am Mittwoch, wie am Donnerstag, wie am Freitag, wie am Dienstag, als auch am Montag, wenn wir drüber kommen, kann unser DAX wirklich gut, also eigentlich die komplette Woche wieder auskontern. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich möchte das auch sehen. Ich möchte auch wirklich, dass der über 880 geht, äh, nicht über 880, über 920, 910 geht. Und drunter ist mir das zu heiß. Warum ist mir das zu heiß? Wenn er nicht hochkommt und nicht seinen Hammer ausspielt und er lässt sich unterm Tagesband hier noch rausfallen, dann setzt eine Übertreibungsbewegung ein. Und unterm Tagesband, also ich sag mal, wenn das eine 14800 kommt, wäre das nicht ungewöhnlich. Eher vielleicht sogar noch einen Zacken tiefer dann. Wenn er anfängt, das untere Tagesband jetzt nach unten aufzudrehen und zu öffnen und dann am unteren Tagesband langzufallen. Ähnlich wie hier, guckt mal hier. Da hat er sich immer wieder abgestoßen, zack, dann hat er es unten aufgemacht und erst ist das mal einen richtigen Rutscher zurück aufs damals Rücklaufziel von den letzten Hochs hier. Wenn wir jetzt hier gucken, unter die letzten Hochs, da ist nichts mehr. Das heißt, er muss dann tiefer, muss sich dann irgendwelche Gaps suchen oder anderes. Und da würde ich wirklich sagen, sind die Bereiche, das hier und das hier interessant. 200-Tagellinie ist interessant, aber auch die Trendlinie, die Aufwärtstrendlinie hier wird interessant. Und deswegen würde ich persönlich unterhalb, ja, woran macht man es jetzt fest, ja? Unterhalb von, hm, wie würde ich es traden? Also Fakt ist, ein Tagesstoß unterhalb von 37, definitiv am Folgetag Short suchen. Wenn wir jetzt ins kleinere reingucken, kann ich zu euch nicht sagen, dass ich persönlich unter 800 Short gehen würde am Montag. Das würde ich persönlich nicht, weil die langen Schatten an den Kerzen hier, ähm, als Zweierfolge sehr, sehr, sehr oft, äh, sehr, sehr, sehr oft auch zu dritt auftauchen im DAX. Das heißt, wenn der jetzt hier, ähm, Montag nochmal nach unten raussticht und selbst wenn es, äh, in der 6,60 wird, oder vielleicht sogar ein bisschen höher hier, 6,80, und er zieht aber wieder die Kerze so hoch und macht wieder so einen Schatten, dann entsteht hier eine Verkeilung und sowas sieht man sehr, sehr oft im DAX, bevor der dann wieder eine richtige Umkehr bringt. Und von daher wäre mir das tatsächlich jetzt hier in dem Bereich, ich würde, ich weiß nicht, ich würde nicht unbedingt Short handeln wollen, ähm, aber ich würde auch nicht Long gehen eben, sondern wirklich Long gehen, wenn wir oben raus das Signal setzen, wenn wir oben den, den, den Trigger setzen, so wie wir das gestern gesagt haben. Gestern haben wir auch gesagt, ähm, runter auf 9,40 ist okay, dann aufdrehen und dann Long oben raus. Ähm, ich hatte gesagt, unterhalb von 5, äh, ne, was haben wir gesagt, 900, 5, 900, 8,85 wäre auch noch okay, aber alles, was tiefer geht, dann nicht mehr, weil das dann Richtung 7,50 und 7,35 geht. Das heißt, es gab am Freitag keine Long-Rechtfertigung aus Ansicht der Analyse. Und ich weiß, wie viele dann trotzdem drin rumgefummelt haben, aber es soll ja auch egal sein. Wichtig ist, wir haben die Orientierung, wir setzen uns zur Orientierung, wir versuchen das dann einzuarbeiten im Trading. Und hier kann ich wirklich nicht sagen, dass ich hier Bock hätte zu shorten, weil ich schon davon ausgehen würde, dass der hier sich wehrt, dass der hier auch nochmal versucht, die Kerze hochzuziehen. Und daher würde ich erst den Tagesschluss abwarten wollen, der dann unterm Tagesband ist, um da dann wieder drauf zu hauen halt, ne. Also, das ist mir sonst zu heiß jetzt hier als Umkehr. Ich meine, klar, man könnte probieren, hier irgendwie unter 800 schon mal einen Short einzuführen, vorsichtig, ja. Ja, und dann guckt man sich das neue Tief bei 7,35 an, dann hat man immerhin schon mal 65 Punkte Vorsprung. Das macht es ein bisschen komfortabler, dann mit dem Trade umzugehen. Vielleicht könnte man es so machen, aber ich persönlich hätte gar keine Lust zu. Also, ich glaube, ich würde es nicht machen, ja. Ja, ähm, ich würde tatsächlich den Montag abwarten wollen, um, äh, in der Woche weitere Shorts. Was will ich dann nicht sehen? Ich will dann nicht sehen, dass unser DAX nach 10 Uhr neue Tageshochs macht, ja. Ähm, das wird mir eher für ein bullisches Auftreten sehen. Aber wenn unser DAX schöne Erfolge von Tiefs und Tours macht, ähm, dann würde ich am Dienstag dann Short suchen, am Mittwoch, Donnerstag, Freitag und auch am Samstag, gefühlt, ja. Äh, aber ich würde jetzt wirklich, das ist mir jetzt, das ist mir jetzt wirklich eine kleine schöne Zone, wo ich jetzt hier Short suchen würde wollen. Ähm, wir sind jetzt am unteren Tagesband, wir sind genau an dem Hunderter. Das hat mir einfach zu viel Wirkkraft, die sich auch nach oben entfalten kann. Und dann kann das auch passieren, dass selbst wenn er mit dem, wenn er einen Abwärtsgib drunter sitzt, kann es sogar passieren, dass er das einfach knallhart volle Möhre wieder nach oben hochzieht und dann damit den Trendumkehrer beginnt, ja. Also hier irgendwie druntergibben, keine Ahnung, 700 und, aber es ist, woher soll er es holen, halt, ne. Ähm, aber würde es so machen, hier druntergibben, dann direkt hoch in den Gap-Close, 8,40, dann wieder kurz zur Rückseite und dann später oben raus. Das wäre auch passend so typisch, ja. Und von daher, ich wäre da jetzt nicht so scharf drauf. So muss man ein bisschen im Intraday dann beobachten, wie bewegt es sich. Vielleicht ergeben sich da auch noch Short-Chancen, aber ich bin tatsächlich hier jetzt in dem Bereich erstmal eher hellhörig auf einer Umkehr nach oben und würde das mir erstmal dann beobachten wollen. Long selber, oberhalb von 9,20, 9,10 und hier unten ist für mich eher erstmal Beobachtungszone, ja, oder man probiert unter 800 dort sich irgendwie Short reinzuholen, aber, ja, weiß nicht, das ist ein bisschen unbequem jetzt hier, ne. Das ist so eine kleine Entscheidungszone und da tanzt der Markt auch gerne mal ein bisschen hin und her. Ja, also versucht was mit zu machen. Ich wünsche euch viel Erfolg am Montag und würde hier erstmal das Video zumachen. Dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.